Sinnvoll und rentierlich Anlegen in Wald, Photovoltaikanlagen und Sandelholz über das Thema ESG-Investments sprechen wir heute mit Thomas Hack, dem Geschäftsführer der ValueBrain GmbH. Lieber Herr Hack, Sie sind wieder in Berlin bei uns zu Besuch beim Business Talk am Kudamm. Und ich freue mich sehr und heute reden wir unter anderem über Investieren in ein Wald. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Herr Hack, immer mehr Kapitalanleger wünschen sich nicht nur vernünftige Renditen, sondern möchten ihr Geld auch nachhaltig und auch ethisch vertretbar angelegt wissen. Und jetzt hat die Finanzbranche tatsächlich auf diese Nachfrage reagiert und es gibt auf dem Markt die ESG-Investments. Was für Kriterien müssen diese denn erfüllen, um diese Anforderungen zu bedienen? Ja, diese ESG-Kriterien kommen ja von der Europäischen Union. Die Kriterien gibt es verschiedene Faktoren. Also auf der niedrigsten Ebene muss ein Unternehmen, was ESG-konforme Produkte macht, einfach nur sagen, okay, wie Risiken bringe ich mich mit als Unternehmen. In der mittleren Ebene geht es darum, dass ich das begrenze, dass ich den CO2-Ausstoß zum Beispiel begrenze, dass ich sage, ich habe hier einen Deckel drauf. Und in der dritten Ebene, wo wir uns dann befinden, geht es darum, wie kann ich aktiv oder proaktiv dazu beitragen, dass die Klimabilanz unseres Planeten letztendlich neutraler wird. Soziale und ökologische Kriterien zu berücksichtigen sind natürlich moralisch sehr vorbildlich. Müssen die Investoren damit jetzt geringere Renditen in Kauf nehmen? Also zunächst mal moralisch, das ist ja eine philosophische Frage. Es ist ja so, dass momentan die Welt brennt. Also wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren jetzt über Gewissen oder Moral, sondern wir müssen was tun. Die Seite letztendlich der Medaille ist, dass wir das Feuer löschen müssen. Allzu sehr wird letztendlich das Feuer gelöscht mit, ich sage jetzt mal, Versprechungen. Und wir sind jetzt auch nicht Freunde von ESG oder grünen ETFs oder Fonds, weil sie den Impact, die Wirkung, also was kommt an, wenn sie einen Euro investieren, wie viel kommt dann an, was ist die Wirkungsweise, gar nicht messen können. Wir sind Freunde von konkreten Sachwerten, die nachvollziehbar sind, wie Wald als Investment oder Sandholz als Investment, die dazu nicht nur beitragen, dass hier etwas Sinnvolles entsteht, nicht nur eine überdurchschnittliche Rendite entsteht, sondern auch eben die Ökologie letztendlich. Und der soziale Aspekt darf man nicht vergessen, dass eben auch die zukünftigen Generationen unserer Kinder, ich habe sieben Kinder, dass die auch noch einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Herzlichen Glückwunsch zu den sieben Kindern erstmal an der Stelle. Welche Asset-Klassen würden Sie denn von sich aus empfehlen für gerade Anleger, die gerne nachhaltig investieren möchten? Es bietet sich natürlich Photovoltaik an, also Stichwort erneuerbare Energie. Wir müssen weg von fossilen Energiequellen, die endlich sind und wir müssen hin, letztendlich Sonne scheint immer. Und die Akzeptanz letztendlich von dem Thema Photovoltaik in der Bevölkerung wird immer größer. Wir können da immer mehr letztendlich auch kostengünstig produzieren, Stichwort China. Wir können damit rechnen, dass die Preise für Energie steigen werden. Stichwort CO2-Zertifikate komme ich noch dann dazu, die steigen vom Preis her. Das heißt, es führt zu einer Verteuerung unter anderem der Energiepreise. Das heißt, alles in allem eine sehr gute Situation für jemanden, der Photovoltaik herstellt. Meine Kunden, die bei mir letztendlich dann eine Photovoltaikanlage oder einen Teil kaufen, werden Stromproduzenten und können hier mit einer überdurchschnittlichen Rendite auch in Zukunft rechnen. Und dann gehen wir mal jetzt diese ganzen Asset-Klassen durch. Also Sie haben eben schon davon gesprochen, von der Solaranlage auf dem eigenen Dach. Kennen inzwischen die meisten und erfreut sich auch tatsächlich immer größerer Beliebtheit. Welche Möglichkeiten gibt es noch zusätzlich, die Sie empfehlen würden? Ja, die Sonne scheint immer, das habe ich schon gesagt, und zwar weltweit. Das sind wir übrigens auch weltweit unterwegs, nicht nur in Deutschland Solaranlagen, sondern auch in Asien vor allen Dingen, USA, Kanada. Wiesenmarkt, da haben wir verschiedene Partner, alles mittelständische Unternehmen. Im Bereich Wald haben wir jetzt auch einen Partner seit Neuesten, der in Westeuropa große Waldflächen verfügt. Und hier CO2-Zertifikate verkauft an die Hochindustrie. Und man muss wissen, dass der Preis für eine Tonne CO2 in den letzten zehn Jahren oder in den letzten drei Jahren massiv gestiegen ist. Also lange hat sich nichts getan, seit 2008 gibt es CO2-Zertifikate. Wird an die Industrie verkauft, die letztendlich die kaufen müssen, um ihre ESG-Kriterien zu erfüllen. Und die Rentabilität von so einer Waldinvestition, ich kaufe also einen Anteil von Wald in Westeuropa. Ich mache mal ein Beispiel, ein Hektar Wald, 200 Euro ist aus klassischem Waldmanagement und 1000 Euro kommt aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. So, das heißt, ich kann mit diesem Geld, kann ich Gutes tun. Ich kann jetzt Nadelholzbestände, kann ich umbauen zu Laubholzbeständen und damit nachhaltiger auch. Es geht ja nicht nur um die Vermeidung von CO2, es geht ja auch um die Herstellung von O2. Also Gutes tun im Sinne und die Kunden sind Profiteure. Letztes Jahr hatten wir da eine Rendite von über 14 Prozent, wobei der Kunde sogar für jährlich 1,5 Prozent Gewinn Vorausschuldung bekommt. Es gibt bei keiner Laufzeit, es gibt nicht mal eine Laufzeit, Sie können also mit einem Monat können Sie kündigen. Das hängt damit zusammen, dass es sich hier um sehr wohlhabende Eigentümer handelt, die das geöffnet haben seit kurzem eben, um auch die Waldflächen zu erweitern. Genau, jetzt sind Sie eben schon darauf eingegangen, auf Wald und Baum und investieren. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass ganz viele Menschen sich nicht wirklich in der Lage sehen, einen Wald zu erwerben oder auch einen Forstbetrieb jetzt zu gründen. So wie ich Sie jetzt aber erlebe, habe ich die Idee, dass Sie ganz anders investieren. Ja, das sind alles mittelständische Unternehmen, die letztendlich sich kümmern um die Produkte und sie haben eigentlich nichts zu tun. Sie müssen eigentlich nur Ihren Geldwert investieren und eintauschen gegen einen Sachwert, in dem Fall Wald, Sie besitzen Wald. Und die Rendite, habe ich versucht zu erklären, kommt über die CO2-Zertifikate, die, weil man Waldbesitzer plötzlich ist, also Sie besitzen einen Anteil an den Waldflächen, jetzt eben plötzlich hier diese Rendite zustande kommt. Ohne diese CO2-Zertifikate natürlich wären wir hier bei zwei Prozent, aber die EU hat es ja so geregelt, dass bis 2030 es absehbar ist, dass das ein regulierter Markt ist und die Preise, sagen Experten, für eine Tonne CO2 aktuell über 100 Euro geht, soll bis bis über 400 oder 450 Euro gehen. Das heißt, da ist sogar noch viel Musik drin für die nächsten sechs Jahre. Was darüber hinaus passiert, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Aber wir sind ja flexibel. Unsere Laufzeiten bei unseren Produkten sind nicht so wie früher, 20, 30 Jahre, sondern oft haben wir nur drei Jahre, vier Jahre oder wie in dem Fall gar keine Laufzeit. Und Sie hatten es vorhin schon erwähnt, neben den Wäldern und Bäumen ist es auch möglich, in Sandelholz zu investieren. Können Sie das Produkt nochmal ein bisschen näher erklären? Ja, indisches Sandelholz, Sandalum Album, das ist ja der teuerste Wald, den es gibt. Ist ausgestorben letztendlich wegen Raubbau in Indien und seit 1999 von unseren Partnern von Quintis, das ist der größte Hersteller, im Northern Territory, im Norden Australiens, erfolgreich angebaut. Es handelt sich hier um ein Hartholz, was drei verschiedene Parasitenbäume braucht, damit es letztendlich wächst. Es braucht zehn Jahre, bis es dann ausgewachsen ist und geerntet wird. Im Holzkern letztendlich daraus gemacht wird jetzt nicht Möbel, sondern daraus wird gemacht Sandelholzöl. Ist bekannt erstens in der Kosmetik, also in jedem Frauenparfüm ist das als tragende Substanz mit drin. Dann ist es bekannt immer mehr in der Medizin, weil es auch heilsame Wirkungen hat, entzündungshemmende Wirkungen zum Beispiel. Und drittens in der Religion und Kultur, Stichwort Buddhismus, Sandelholzrauchstäbchen. Also eine Milliarde Menschen verwenden das zum Beispiel in dem Bereich. Also die Nachfrage, und das ist ja immer das Gleiche, wenn die Nachfrage sehr groß ist und das Angebot sehr gering, dann entsteht eine vernünftige Rendite auch hier. Eine Rendite, die man sagen kann, fast zweistellig, nicht ganz, irgendwo bei zwischen acht und neun Prozent. Wow. Also ich würde an der Stelle sagen, für Menschen, Kapitalanleger, Investoren, die wirklich nachhaltig sich investieren wollen, sind Sie bei Ihnen, lieber Herr Hack, an der richtigen Stelle. Und damit bedanke ich mich für Ihren Besuch bei uns. Ich freue mich. Dankeschön.